ja hallo ich bin es ich würde gern overpower spielen malzeit leute bin ich ich bin wieder da ich bin jetzt etwas überrascht ich wusste gar nicht was hier los ist heute will ich ein bisschen overpower spielen ich lese gar nicht so ich will einfach anfangen auto choose auto choose spectate auto choose was nämlich so fetten krieger hier magier ist das wohl major assassin oder bogenschütze gute frage trample ich stehe schon eigentlich eher so auf bogenschützen aber gut ich nehme mal das ding eq und die band das muss ich mir machen ok accept ich kann wohl schon rein jetzt ok da läuft ein bisschen komisch irgendwie schlittert der auch so ich kann ja nichts großartig weiter einstellen spring ist spring scheiße aus hier ich habe wohl irgendwas ungenietet irgendwie habe ich offensichtlich was ungenietet so dreck ich habe mich aber schnell gekillt er hat mich aber schnell gekillt es wirkt ein bisschen klobig muss ich ehrlich zugeben wirkt schon ein bisschen klobig so den mage habe ich weg gehauen fuck ich habe es fast geschafft load or change also mit was ich hier rein kann wieso kreift er mich an ich habe da gerade was anderes genommen du jetzt bin ich drin hier muss man natürlich ziel er ist blöd wenn man hier so reingeschmissen wird eigentlich nicht großartig jetzt gibt es einen zoom hier ok rechtsklick ist mehrfach tschuss ich habe fast ich habe noch gekillt noch hatte ich ihn gekillt noch oder schon wie immer aber hier gibt es wohl gibt es wohl kein shit kein zoom oder sowas ok ich habe ein oder zwei gekillt kann man sich hier irgendwie wieder bisschen leben dazu oh da oben da oben gibt es leben hallo mein scheiß jetzt hier also von von der entfernung kann ich offensichtlich nicht treffen wer kommt her hier ok das sind alle bots hier offensichtlich aber wir tun ja jetzt mal so als würden sie die richtige spieler spielen hier man hat offensichtlich unbegrenzt wo wo was hatten wir noch nicht assassin ok mit der assassine rein hier gibt es etwas wie stealth oder so und das ist ganz gut das hier zu sein die laufen ein bisschen langsam aber ich glaube ich habe auch also ich könnte keine Einstellung weiter vornehmen offensichtlich wo sind die denn alle? kann man hier schneller laufen oder so? ah, Durchwurf ok, rechte Maustaste, Durchwurf was ist das hier? wow, das war ein bisschen zu viele ein bisschen zu viel Leute hier ah, ok, der hatte mich gekillt oh, irgendwas war hinter mir ich habe gar kein Leben verloren sag ich und werde angegriffen die kriegt man offensichtlich ziemlich leicht weg man bekommt wieder Leben dazu ok, ich will einmal gleich noch den Magier probieren oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht müsst ihr auch mal rangehen so, Magier, was kann der reine mit ok zack, die Bum aoe, wie man es kennt so eine Schutzblase habe ich mir jetzt hier reingepfugelt hier alter, oh, mit dem Magier probieren gar nicht klar oh, nur ein gekillt beim weglaufen alter, wollten wir sein Leben herbekommen wieder hier, was ist das? ok, macht Spaß, macht Spaß irgendwie ist das bei mir aber so ein bisschen kogummiartig hier alter, also ich bin nicht gut gegen andere Ranges offensichtlich ok, Revenge Kill coole Suppe wow, ok ich will mit dem Krieger nochmal rein hier ich habe noch zwei Minuten scheiße mal, fickt euch mal, ihr Dreckspisser ok, da habe ich einzehackt oh, aber fast Bot Meritner Bot Meritner es wird auch angepriesen als Fast Pace Action Game und genau das ist es, also wirklich ziemlich schnell gut, das heißt der Krieger ist also oh, der Krieger ist auf jeden Fall also besser oh shit gegen Assassinen ich meine, es ist gut zu wissen, wenn man das mitbekommt Magier ist also schlechter gegen andere Ranges gegen Bogenschützen den habe ich zerhackt 49 Sekunden habe ich noch schnell einen Kill wie ich noch mache ha Drecke, holzt 31 Sekunden oh, come on so was ist denn das hier oh, ich sehe nicht durch Scheiße was ist denn das oh alter, ich habe noch 50 Sekunden komm 10, 9, 8 nein, ok ich bin verzehrt oh, ich kann einen Steinkill noch äh was unser Team was defeated 15 Kills nur ok, ich habe zum ersten mal gespielt die Bots, die können das alle viel besser es sind nur Bots drin gewesen hier ha oh